So, moin mein lieben Vlogger, heute zu einem Lifehack-Video. Wer kennt es nicht? Ja, man hat keine Socken gerade hier. Und, ähm, ich muss mal hinten noch zu machen, man hat keine Socken mehr und hat sie frisch gewaschen und dann sind sie aber noch nass. Und man muss rausgehen vor die Tür und man hat keine Socken, weil die Socken, die auf der Wäsche sind, noch nass sind und man hat auch keinen Trockner. Und wie macht man das dann? Ich habe hier ein Konstrukt gebaut. Ich möchte mich jetzt nicht als Wissenschaftler betiteln, aber es ist schon ganz gut. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Das habe ich jetzt hier oben den Firm befestigt und, ähm, an der Duhmschwingens. Und der, äh, der föhnt jetzt hier runter auf die Socken, wie ich hier befestigt habe. Und die kann man auch mal lenken. Und dann werden die schön von allen Seiten kusprig. 1a. Lässt man kurz laufen, paar Minuten, wendet sie einmal in der Pfanne und dann hat man trockene Socken. Ja, bis dann, abgeflockt. Okay. Ja,